Hallo Loni, Wolke 7 und ab sind Lady. Schön, dass ihr wieder mitspielt. Hoffentlich geht es euch gut und ihr habt das erste Chris gut überstanden, vor allen Dingen. War ja nicht einfach. Schatz, schreibt einer. Jasmin hieß die Dame, glaube ich. So kann es sein. Hallo Loni Tower. Hallo Schwerin, Altendorf, Münster, Thüringen, Regensburg. Mein Gott, sind sie wieder alle dabei. Das freut mich drauf. Jana44 auch immer dabei. Das ist doch schön. Energiekontenbus, Forza, schreibt einer. VfL Bochum, Hannover. Kalisbäder, Marta. Kalisbäder, Kalisbäder. Ja, Lotho Matthäus, grüßen wir auch. Ja, klar. Machen wir gerne. Ich bin bei Frage 8 rausgeflogen. Schade, schade. Aber neue Chance bei diesem Quiz. Und die Zeit können wir loslegen, denke ich mal. Die Leute sind alle schon fleißig im Chat. Aus Düsseldorf schreibt die Eule, glaube ich, wenn ich das nicht gelesen habe. Viele Grüße an Annika. Kuh, Quester, machen wir auch. Und die Christina, grüßen wir auch. Die zwei lieben Mädels. Und die Lucy auch jetzt. Die haben wir neu im Team. Lucy, wirklich, die macht Donnerstag, glaube ich, das Quiz. Also die macht es echt toll. Schöner Neuzüge haben wir am Transfermarkt zugeschlagen, wie ich mal so gern sage. Wie geht es euch, Jungs? Ja, mir geht es gut, Winston. Dir? Mir geht es auch super gut. Klasse. So soll es sein. Ich liebe dich, Schnuffi, hat er mal geschrieben. Ist ja bald Valentinstag auch übrigens. Ah ja. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, ob ihr da eurer Liebsten oder eurem Liebsten was Schönes schenkt oder was Schönes vorhabt. Nicht so schlecht. Star Wars Quiz, alles klar. Haben wir auch schon in der Planung. So viel kann ich schon mal sagen. Guten Abend. 20.45 Uhr haben wir. Das heißt, dienstags immer Sport. Mein Name ist Jan Tauer, der Moderator für dieses Sport Quiz. Und mit mir dabei, mein Linebacker, möchte ich schon fast sagen. Der Winston. Ich bin immer noch hier. Sehr gut, Winston. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freust du dich auf das Sport Quiz? Ich freue mich da auch immer. Ich finde das mal interessant, wie viel Sportinteressierte wir dabei haben. Ihr wisst ja, heute sind nach zwölf Fragen rum. Das Thema Sport, das ist ja auch bald Olympischen Spiele. Und da werden wir auch... Freitag gerade. Ich glaube, Freitag oder sogar Freitag. Da werden wir auch ein paar Spezialfragen bestimmt dabei haben. Nice. Später. Heute noch nicht. Wie gesagt, Instagram. Folgt uns da auch gerne. Immer noch. Ich gebe euch die Tipps, weil da werden wir in Zukunft mehr und mehr Tipps machen und auch Verlosung machen. Der Münzen hat da was vor. Da bin ich mal gespannt, was wir da machen können. Ja, Preis, was habe ich ja schon gesagt? Jetzt geht es um Kohle. Und zwar... Bumm. 250 Euro könnt ihr gewinnen, wenn ihr allein das Ding durchzieht. Aber ich denke mal, wir werden einige klüge Köpfe haben, die sich an den Pott teilen. Morgen nicht vergessen, bitte. Literatur Quiz für euch Bücherratten. Und zwar haben wir das. Dieser Literatur ist morgen um Viertel nach acht. Das wird auch super lustig. Union Berlin geholt. Und Max Eberl hat ja aufgehört. Der war ja ausgebrannt, hat er gesagt bei seiner Rede, bei seiner Pressekonferenz. Leider. Hoffentlich geht es ihm gut. Gute Besserung von uns. Quiz-Duell-Team. Grüßt ihn. Aber der Football. Aber ich drücke euch schon mal die Daumen für die Frage Nummer eins. Und da möchte ich von euch, ja, das hier wissen. Bei welchem Sport muss man Pins umwerfen? Ist das Bubbling, Basketball, Tischtennis oder ist das Schwimmen? Scheiße. Und Winston, wie viele Pins gibt es in dem Sport überhaupt? Das ist ja zehn, ne? Zehn richtig. Und wie heißt das, wenn man alle zehn auf einmal umwirft? Das heißt, das ist Strike. Strike, genau richtig. Spare ist, wenn man zwei Versuche braucht, um zu werfen. Und das geht es natürlich beim Bubbling. 11.097 Leute. So viele sind ja dabei. Stark, das freut mich. Die zweite Frage wird eine Fußballfrage. Sage ich jetzt schon mal vorweg. Aber ich glaube, das kennen die meisten auch. Wie heißt die Weltfußballorganisation? FBI, FIFA, WWF oder WTO? Mal gucken, was der Chat so sagt. Der Chat sagt WWF. Na, was ist denn WWF, Winston? World Wildlife Foundation. Genau, richtig. Wir hatten eine Zusammenarbeit mit denen. Ja, haben wir. Und insgesamt haben wir so 2.000 Euro gespendet. Stimmt. Nicht schlecht. FBI ist ja Federal Bureau of Investigation. Die FIFA ist die Fédération Internationale de Football Association. Oder wie das auch immer heißt. Knapp 11.000 wussten das. Easy. Sehr gut. Harry Quotter, Chris Schaller, bitte, bitte. Wir sind da wirklich dran. Dritte Frage, Bild. FC Köln. Zu welchem Fußballklub gehört dieses Logo? FC Kopenhagen, FC Kaiserslautern, FC Köln oder FC Koblenz? Ja, das sind, was wir da gesehen haben, war eine Mannschaft, die zurzeit in der 3. Liga spielt. War in den 90er Jahren überragend. Einige Meisterschaften gewonnen. Das sind natürlich die roten Teufel vom Betze, vom Betzenberg, der 1. FC Kaiserslautern. Und das wussten auch FC Köln. Die haben Geißbock im Emblem. Also das hätte man erkennen können. Rettungsring nutzen, wenn ihr es nicht wusstet. Weiter geht es mit der vierten Frage. Und da möchte ich von euch das hier wissen. In welcher der folgenden Städte fanden in den 2010er Jahren Olympische Spiele statt? Atlanta, Rio de Janeiro, München oder Barcelona? Ich glaube, Atlanta. Denk dran hin. 2010er. 2010er Jahren. Und das Jahr war 2016. Und die Olympische Spiele hatten, war nach dem Motto, um mundo novo, eine neue Welt. Und das war natürlich in Rio. 5800 und 322 wussten das. Sehr gut. Weiter geht es zur fünften Frage. Die ist höchst aktuell. Und das werde ich euch erklären nachher, warum, wenn ihr nicht mehr antworten könnt. Die Frage kommt hier. Bei welcher der folgenden Sportarten kann man wegen einem Schrittfehler den Ball verlieren? Fußball, Feldhockey, Handball oder Tennis? Wegen einem Schrittfehler. Denk dran. Das war höchst aktuell. Ich habe es schon gesagt. Da war zuletzt EM. Und da hat Schweden im Finale gegen Spanien gewonnen. Und zwar ist das natürlich im Handball gewesen. Glückwunsch an Schweden, die Europameister geworden sind. Das wussten auch die meisten 6173. Sehr gute Arbeit. Jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen. Auf jeden Fall. Weiter geht es zur Frage Nummer 6. Die kommt hier. Aus welchem Land kommt der Formel 1 Fahrrad Charles Leclerc? Ist das Frankreich, Monaco, Schweiz oder Luxemburg? Und um so ein bisschen Hintergrund zu bekommen, Winston, wie alt und wie fährt er und was macht er? Ja, also er ist 24 Jahre alt, ist sehr, sehr jung und er fährt für einen Stall Ferrari. Genau, richtig. Und er ist Monegasse, also Monaco ist die richtige Antwort. 3349 Rettungsring. Jetzt kommt die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring anwenden könnt. Und vor der Frage gucken wir uns zusammen ein Video an. Wie heißt dieser Skisport? Ist das Skikross, Speed Ski, Super G oder nordische Kombination? Nordische Kombination, das ist Skispringen kombiniert mit Skilanglauf. Und das, was wir gesehen haben, ist ein sehr spektakulärer Sport, weil da viele Stürze auch passieren. Und das, was wir gesehen haben, hat die Kanadierin Mariel, heißt sie, glaube ich, gewonnen. Das ist Skikross 3894. Klasse, sehr gut. Weiter, nächste Frage ist auch relativ aktuell. Werde ich euch auch gleich erklären, warum. Und die Frage Nummer 8, die kommt hier. Welches Team aus Minnesota spielt in der NFL? Sind es die Wild, Timberwolves, Vikings oder Twins? Aktuell ist es deshalb, weil es ist ja bald Valentinstag. Am Valentinstag ist auch der Super Bowl. Da habt ihr schon den Football gesehen. Da spielt Cincinnati gegen Los Angeles. Aber die Mannschaft, die wir suchen, ist schon früh rausgeflogen. Minnesota Vikings. 2953 Leute, klasse. Schlecht. Wirklich gut. Also einige clever Leute dabei. Nächste Frage gibt es so zwei Antworten, aber die ist auch... Ja, mal gucken, ob ihr das könnt. Frage 9. Michaela Schifrin hat mehr olympisches Gold gewonnen als Linz Yvonne. Ist das richtig oder ist das falsch? Was ist das denn? Ja, nicht, nicht. Ja, beide Alpin. Schi. Ich sehe alle Antworten im Chat. Richtig, falsch, richtig, falsch, richtig, falsch. Schifrin hat zwei Goldmedaillen gewonnen. Und Linz Yvonne hat einen gewonnen. Das ist ein bisschen Aussage richtig. Linz Yvonne ist wahrscheinlich die... Pfosten raus. Leider, leider, leider. Aber drei Fragen haben wir noch. Ich drücke euch weiter in die Daumen. Frage Nummer 10. Viel Glück. Welche der folgenden Rugby-Nationalmannschaften nimmt nicht an Six Nations teil? Wales, Italien, Neuseeland oder Schottland? Italien. Winston, bist du so lieb und liest uns die sechs Mannschaften, wo die dabei sind? Kann ich mal machen. Da haben wir England, wir haben Frankreich, wir haben Irland, Wales, Schottland und Italien. Italien, das heißt Neuseeland ist hier die richtige Antwort. Die sind nicht dabei. Und das wussten wir viele. Wo ist es denn? Wo ist es denn? It's loading. Der Chat macht auch Pause. Mal sehen. Ich sehe die Antwort hier im Handy. 235 Personen. Da war es. 235. Einige an Italien. Die sind wirklich dabei. Die sind wirklich dabei. So, sieh zu. Zwei Fragen haben wir noch, liebe Leute. Und wie gesagt, denkt dran, wir arbeiten an Technik. Das wird bald 100% Klasse. Im vorigen Quiz hat es ja super geklappt. Jetzt sind wir ein bisschen mehr angesteckt. Aber das kriegen wir alles zusammen hin. Frage 11. Viel Glück. Welchen Durchmesser hat welchen Durchmesser, welchen Durchmesser, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Mal sehen. Das dauert alles ein bisschen länger gerade jetzt. Komischerweise. Wir wissen nicht warum, aber wir arbeiten dran. Einwandfrei. Sie wissen nicht warum. Das ist manchmal so. Der Chat hängt auch. Hängt alles ein bisschen. Aber ich lese sofort los, wenn es losgeht. Also seid gespannt. Welchen Durchmesser. Können wir damit anfangen. Welchen Durchmesser. Das kann ich schon mal sagen. Habe ich auch schon gesagt. Da kannst du jetzt leider nichts drücken gerade. Nichts. Nichts. Wenn ihr ihn seht oder wenn ihr mich hört. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja man sieht ihn ja. 235 Leute waren noch dabei. Dann wird es ja richtig spannend. Ich möchte das jetzt hier wirklich. Ja ich will es auch mal sehen. So liebe Leute. Der Elmo sagt schon gute Nacht. Ja liebe Leute. Da weiß ich jetzt auch nicht. Was ich hier machen soll. Genau. Zur Zeit. Ja nichts funktioniert gerade komischerweise. Ja das ist natürlich auch scheiße. Für die beiden. Mal sehen. Gucken mal ob die Frage jetzt durch geht. Ne. Leider no. Ich guck mal kurz mit unserem Technik. Aha jetzt wird der Ton komplett abgestellt. Ja da war ich ja bei dieser Runde sehr schnell draußen. Da war ich ja außergewöhnlich schlecht. Was war das dritte Frage oder vierte? Kaiserslautern oder Köln. Ja gut mit dem Geisbock. Als er das gesagt hat. Gut da kann ich mir auch dran entsinnen. Da hatten dann so viele Köln geschrieben. Da habe ich mich dann inspirieren lassen. Ja wenn man von dem Thema halt nicht so wirklich viel Ahnung hat. Und so viel Zeit hast du ja auch nicht. Und du musst dich ja für irgendwas entscheiden. Gut zwischendurch verdrückt man sich auch mal. Aber gut. Das war jetzt bei dem Ding jetzt mal nicht der Fall. Mal gucken ob wir jetzt nochmal die Frage dann nochmal zu hören kriegen. Das sieht ja auch aus als wenn er irgendwie pinkeln muss. Naja. Ja was machst du jetzt? Technik ist abgestürzt. Und er muss das jetzt hier irgendwie lösen. Aber eigentlich kannst du dir nur abbrechen wenn es jetzt noch länger geht. Im Höchstfall wird jetzt nochmal was neu gestartet. Aber interessanter Hintergrund. Ja mit Greenscreen Technologie ist so einiges möglich. Hätte ich hier Platz hätte ich hier auch einen eigenen Greenscreen mir aufgehangen. Aber den Platz habe ich leider nicht. Ja liebe Leute wie ihr schon gemerkt habt. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles probiert. Aber wir kriegen es nicht hin. Leider machen wir es so. Ich werde das auch nochmal auf Instagram nachher mitteilen. an euch alle auf jeden Fall die 235, die Frage 10 richtig beantwortet haben, teilen sich den Pott von 250 Euro. Wir machen das alles. Wir klären das alles ordentlich ab. Dann denke ich mir, dass wir das morgen fertig haben. Tut mir natürlich tierisch leid. Aber wie gesagt wir arbeiten weiter hart daran. Ich bedanke mich wirklich für euer Vertrauen, für eure Verständnis, dass ihr so viel Liebe uns gibt. Muss ich wirklich sagen. Das tut mir leid. Aber wir arbeiten hart dran. Und ich wünsche euch wirklich, dass es euch weiterhin gut geht, dass wir uns morgen wieder sehen zum Literaturquiz. Und wie gesagt die 235, teilen sich die 255 Euro. Macht euch einen schönen Abend noch und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dann. Ja, da sind sie natürlich auch enttäuscht, wenn sie das jetzt nicht auf die Reihe kriegen. Ja, was willst du machen? Manchmal ist die Technik halt ein bisschen, ja, ein bisschen verbuggt oder was. Naja. Dann gucken wir halt, was morgen dann das Literaturquiz macht. Aber grundsätzlich ist ja diese Show auch gar nicht verkehrt. Auch wenn sie des Öfteren mal irgendwelche technischen Aussätze hat. Oder dass mal in den Fragen so ein paar Fehler drin sind. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es echt ganz gut. Er verlässt schon das sinkende Schiff. Und hat vergessen auszumachen. Oder vielleicht hängt das da auch irgendwie. Ja, ich hätte auch gerne so ein Schiff. So ein Studio zum Video aufnehmen. Aber leider ist es mir aktuell noch nicht möglich, mir sowas einzurichten. Also. Also. Amen. Da seht ihr noch was? Vielleicht muss jetzt Jan erstmal checken, wie das jetzt aussieht, wenn er auf dem Handy hat. Weißt ja nicht. Inwiefern ist jetzt der Chat sensiert? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Na dann glaube ich, würde ich dann auch langsam mal die Übertragung hier beenden. Scheint ja nicht mehr wirklich was zu passieren. Ne, die sind beide schon abgehauen. Na gut, dann würde ich sagen bis morgen Leute und dann schauen wir mal, ob das nächste Quiz besser läuft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare. Folgt mir auf Instagram. Und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.